Willkommen zurück zu Lost Sea. Wir sind jetzt hier in einem einfachen Level, aber trotz alledem möchte ich an dieser Stelle auch bekannt geben, lange wird das Projekt nicht gehen, denn ich habe lange überlegt und habe ja viele Folgen voraufgenommen. Mir ist dann so bewusst geworden, eigentlich viel passiert an dem Spiel nix, außer halt hier mal langlaufen und ja genau vom Gegnern erwischt werden. Und? Nein. Genau, und gleich schon fast drauf gehen. Oh oh. Und irgendwie bekomme ich auch keine Energie hier. Alles was ich hier habe, ist eine Bombe. Und noch ein Treffer und ich bin tot. Und das ist eigentlich gar nicht so beabsichtigt. Ich wollte eigentlich sagen, gut, äh, ich werde das Projekt in kürzester Zeit beenden und durch ein anderes Projekt ersetzen. Hintergrund ist der, dass halt, wie gesagt, das Spiel wiederholt sich sehr stark. Was jetzt nicht weiter schlimm ist, ne? So ist es jetzt nicht, aber... So wirklich... Abwechslung passiert hier nicht. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen... Ich möchte nicht sagen ärgert, aber es schreckt ab. Ich würde gerne Energie haben. Warum kann ich keine Energie kaufen? Das wäre doch mal was. Oh nein, jetzt werden die auch noch stärker. Und lassen nicht mal mehr Energie fallen. Also ich würde mir halt jetzt echt gerne wünschen, dass ich jetzt hier Energie tanken könnte. Na? Aber die, die, die... Die geben mir keine Möglichkeit, dass ich Energie tanke. Die geben mir echt keine Möglichkeiten. Das ist jetzt gerade so... Oh, hast du einen Heiligenschein? Das wäre geil. Ich hätte einen Heiligenschein. Schwertkampf und so weiter. Warte mal, warte, äh... Wir können ja vier. Gut, jetzt ist mir eigentlich das mit dem Leben egal, aber trotzdem. Ähm, wir haben jetzt noch mehr Schaden. Geil. Was? Ist gestorben, aber keine Sorge, nicht alles ist verloren. Aber ich habe doch einen mit Heiligenschein gehabt. Was soll denn das? Ihr habt ja doch einen Heiligenschein. Äh. Was? Aber ich, äh, was? Was? Das ist Beschiss. Das ist, so leid es mir tut, wirklich Beschiss. Der hatte einen Heiligenschein. Und das habt ihr gesehen. Spult zurück zu der Stelle. Er hatte einen Heiligenschein. Ne. Das geht nicht. Es tut mir leid. Das ist einfach Beschiss. Sprint. Sprint. Plünderer. Wirbelattacke, Laufattacke. Rucksack. Führungsstil. Ja, toll. Ich darf in zwei Besatzungsmitglieder. Ne, das ist, das ist... Also ich bin jetzt ehrlich gesagt gerade richtig, ähm... Wie sagen sie so schön immer bei mir im Livestream? Salty. Weil, äh, das war jetzt echt nicht fair. Ah, warte. Ich kann doch noch ein Upgrade machen. Ich bin jetzt richtig, äh, salty. Das ist... Boah, jetzt bin ich echt sauer. Sauer hoch 10. Muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Es tut mir leid, ja. Das war jetzt echt... Extrem unnötig. Ernsthaft? Ist das... Ist das ein ätzender Gegner? Ne, ich... Boah, ne. Und da merkt man doch, dass das Spiel wirklich noch nicht fertig ist. Also, es ist ein unfertiges Spiel. Ja, und... Hier in dem Augenblick hat er es nicht erkannt. Wahrscheinlich, weil der andere schon einen hatte und ich den gebraucht hatte. Ich hätte wahrscheinlich den anderen wegwerfen müssen. Aber da müsste was auch kommuniziert werden. Also, was das jetzt designtechnisch angeht. Er hatte einen Heiligenschein. Er war in der Nähe. Und es hätte definitiv... Funktionieren müssen. Weil er war jetzt nicht zu weit weg, als dass er mir den Buff nicht geben konnte. Weil es direkt davor war. Und das sind dann Sachen, wo ich sage... Bis hierhin war das Spiel gut. Ab diesem Zeitpunkt... Ist das Spiel bei mir... Was das angeht, extrem unten durch. Weil das ist was Spielentscheidendes. Ja, ich habe extra ihn genommen. Bin dann in dem Augenblick sogar in die Vollen gegangen. Weil ich mir sicher... 100% sicher war... Dass es funktioniert. Und... Das Spiel sagte dann einfach... Nö. Ich, äh... Gönne dir das jetzt nicht. Das hast du jetzt einfach nicht verdient. Ah, ja geil. Genau, immer hier. Freundlich mal wieder einen Begleiter. Einen Begleiter habe ich jetzt auch nicht, ne? Und das ist eine einfache Insel. Und hier sind schon so welche Gegner. Auch hier... Okay, ich habe mich teleportiert. Ich weiß nicht, ob die Wüste der Anfang ist, aber... Ich habe es einfach mal ausprobiert. Und genau hier hapert es ja. Also ihr merkt, ich bin gerade tierisch... Tierisch, äh... Pist und, äh... Solty hoch 10 und, äh... Also welche Sachen. Es geht einfach nicht. Ne, es geht nicht. Es ist, ähm... Ein Content-Blocker, um es mal so zu sagen. Also... Gut, es ist kein... Ja, ne, ein Content-Blocker ist es jetzt nicht, ne? Also... Das ist schon echt harter Tobak. Das wäre dann, wenn gar nichts mehr gehen würde. Aber es war jetzt wirklich hier... Ne. Gut, aber... Das bekräftigt auch meine... Aussage bezüglich, äh... Der Weiterführung des Let's Plays. Guck mal, dreimal getroffen. Also irgendwas ist hier, ne? Äh... Das muss definitiv nochmal gepatcht werden, weil... Wenn ihr wollt, könnt ihr das, äh... Videomaterial gerne den Entwicklern senden. Um zu sagen, ey, Leute, passt mal auf. Ratter-Liker. Das da ist echt nicht in Ordnung. Ja, man... Man bekommt hier aber auch kein Feedback. So von wegen... Oh, pass mal auf, ey. Du bist zu weit weg von denen. Gar nichts. Oh, danke für die Energie. Oh, ja, genau. Hm? Ja gut, ich sterbe jetzt eh gleich schon wieder. Das ist auch schon wieder geil. Aber jetzt habe ich keinen Heiligenschein. Am geilsten wäre, wenn er jetzt nicht da ist und dann wirkt er. Das wäre... Das wäre geil. Also, dann, äh... Könnte man sagen, äh... Äh... Nett finde ich allerdings, und das muss man ja an dieser Stelle einfach mal erwähnt haben. Dass, äh, äh... Sozusagen die einen Bonus geben für die, äh... Weiteren... Quests. Je nachdem, wie weit du gekommen bist, kriegst du halt deinen Bonus und kannst dann ab einem gewissen Punkt dich schon mal wieder vorbereiten. Das ist vollkommen in Ordnung, aber der Rest, wie gesagt, der... Also, das, das, das... Nee, das, das hat mich jetzt richtig, richtig derbe abgefuckt. Nein. Ja, warum? Genau, alle immer auf mich. So, stehen bleiben. Nicht auf ihn zurennen. Und dann... Kriegt man ihn auch tot. Ja, in dem Augenblick macht die... Laufen-Funktion eigentlich gar keinen Sinn. Ja, so lieb's ja auch gemeint ist. Und ich brauche immer noch einen Begleiter. Ich finde hier einfach mal gar keinen. Ja, schön, dass ich immer an den ganzen Begleitern vorbeigerannt bin. Und dass hier sogar drei Tafeln sind. Dafür, dass es ein leichtes Level ist. Aber gut. Genau. Genau. Anheiern. Anheiern. Ja, gut. Ähm, an dieser Stelle, ganz im Ernst, ich beende das Spiel. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Droh. Haut rein, es tut mir leid. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Bis zum nächsten Mal.